Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir erstmal kurz die Übung uns angucken, die ich euch letztes Mal aufgegeben habe, die eigentlich sehr sehr einfach war. Und dann wollen wir uns kurz mit bedingten Ausgaben beschäftigen, die sozusagen euch helfen, wenn ihr sagen wollt, hey ich möchte jetzt lieber ein 1 ausgeben oder sowas. Und dann gucken wir uns mal an, was man damit machen kann. Gut, ja, ist eigentlich relativ simpel, ihr definiert hier eben für jede einzelne Ziffer, definiert ihr hier einen ASCII-String, der euch sozusagen da weiterbringt und der euch dann quasi die jeweilige Zahl ausgibt. Und hier oben könnt ihr dann einfach sagen, also ihr braucht 1len, braucht ihr nicht nochmal benutzen, denn 1len sollte bei mir eher sowas heißen wie ist 1 lang und jede Ziffer ist ja offensichtlich nur 1 lang. Und da wir nur Ziffern ausgeben, keine zweistelligen Zahlen oder sowas, müssen wir das alles nicht machen. Das macht uns das ganz einfacher. Das heißt, wir können hier einfach eine 2 ausgeben, was dann, ähm, Sekunde, so aussieht. Na komm, mal ein bisschen schneller hier. Jetzt. So, also wir können einfach die 2 ausgeben, hier können wir dann einfach 3 reinschreiben und so weiter und so fort. Und wir wollen das Ganze jetzt bedingt machen. Das heißt, wir schreiben irgendwo in irgendein Register eine Zahl rein und wir wollen diese Zahl, oder vielleicht pushen wir sogar was auf den Stack und wir wollen dann diese Zahl eben ausgeben. Das heißt, wir sagen hier oben, ähm, wir, ups, wir pushen, ähm, push Q, auf den Stack, ähm, achso ja, erstmal brauchen wir eine Zahl, ne? Also, wir, wir move Q auf unseren, ähm, in unser, was machen wir denn? Wir machen jetzt mal eine 3, weil wir damit noch nicht gearbeitet haben, ähm, Prozent EAX. Und die wird einfach nachher hier unten wieder überschrieben, das ist uns völlig egal. Und dann pushen wir EAX auf unseren Stack. So, wie das da hinkommt, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir schreiben da jetzt einfach wirklich von Hand diese 3 rein. Und hier unten, wo wir das Ganze dann ausgeben, das ist ja eigentlich der Teil hier, äh, den wir, ähm, sozusagen ausgeben wollen. Ähm, hier sagen wir, wir vergleichen, ups, naja, komm schon, was ist das? Und wir vergleichen, also compare, dollar, 3 und, okay, wir lassen das mit dem Stack, das ist ein bisschen zu umständlich. Wir schreiben es einfach in ein anderes Register rein. Ähm, wir nehmen easy und überprüfen dann einfach, ob 3 in Prozent easy drin steht. Und falls das so ist, ne, falls das nicht so ist, jump not equal, also jnejump, wenn es nicht gleich ist, dann wollen wir irgendwo hinschreiben. Und dann sagen wir hier, ähm, not equal. So, und dieses not equal ist jetzt einfach auch wieder so ein, ähm, naja, so ein Punkt da vorne halt, also quasi, wo wir hingehen können. Das heißt, wir sagen hier einfach, not equal fängt hier an und wir überspringen sozusagen diesen Teil jetzt. Müssen wir hier natürlich 3 ausgeben. Und hier müssen wir auch irgendwas ausgeben. Was geben wir denn hier aus? Und da würden wir jetzt einfach sagen, also ich mache hier mal kurz ein Enter rein. Ähm, da würden wir sagen, wir wollen, ähm, dollar unknown number in Prozent ECX ausgeben. Und hier oben wollen wir die one len haben. Hier unten wollen wir eigentlich was anderes ausgeben. Nämlich von mir aus len, ähm, unknown oder sowas. Und das müssen wir jetzt natürlich noch definieren. Das heißt, wir sagen hier unknown number, ups, ist, ähm, erst mal Punkt ASCII, number not known, sorry. Und die, ähm, len, ups, len unknown, ist Punkt plus, ähm, unknown number. So, wunderbar. Okay, jetzt führen wir das hier mal mit einer falschen Zahl aus, absichtlich, okay? Das heißt, wir kompilieren das Ganze erst mal. Ah, ich habe die ganze Zeit mit L gearbeitet, ne? Dann kann ich jetzt nicht einfach plötzlich hier mit Q arbeiten. Ähm, wobei das jetzt eigentlich so funktionieren sollte. Mit L, ähm, und dann kompilieren wir das und dann führen wir das mal aus. So, number not known, sorry. Okay, was ist jetzt gerade passiert? Also wir haben hier eine 2 reingeschrieben, keine 3, ja? Wir überprüfen, ob in ESI 3 drin steht, was offensichtlich nicht der Fall ist, weil wir haben ja gerade 2 reingeschrieben, okay? Okay, davor, das ist für die Syscalls gedacht, das haben wir quasi nicht gemacht. Ähm, also das, das machen wir einfach ganz normal weiter. Das ist einfach, damit der Syscall weiß, er soll jetzt was ausgeben. Okay, hier wird dann überprüft, ist das Ding auch wirklich 3 in ESI? Und falls das nicht so ist, überspringen wir diesen Bereich hier, okay? Das heißt, wir fangen hier direkt bei not equal an. Wir springen einfach über diesen Teil hier drüber. Also, es gibt kein if oder sowas. Es gibt nur springen und bedingtes Springen sozusagen. Das heißt, wenn die beiden nicht gleich sind, überspringen wir das und gehen direkt zu not equal. Und dann wird aber nicht wieder zurückgesprungen, sondern es wird einfach der Code ab hier weiter nach unten ausgeführt. So, und hier sagen wir dann, wir wollen unknown number ausgeben, also diesen String number not known sorry. Und wir wollen hier auch diese Länge ausgeben. Achtet darauf, wenn ihr hier die falsche Länge habt, dann wird einfach nur n ausgegeben. Zum Beispiel, wenn ihr 1 eingebt hier. Also, wenn ihr hier zum Beispiel sagt, hey, das Ding ist nur 1, dann, ja, habt ihr nur eben das n von number not known sorry ausgegeben. Okay, jetzt mache ich jetzt hier mal was anderes. Und zwar werde ich hier die 3 einfügen. Und ihr werdet euch gleich wundern, warum das nicht funktioniert. Hoffe ich zumindest. Ähm, was ist jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht, was hier gerade los ist mit meinem Terminal. Das macht manchmal ganz komische Sachen. So, und jetzt wird hier auch ausgegeben. Number not known sorry. Wie kann das sein? Gut, das würde ich euch da gerade mal tatsächlich als kleine Aufgabe geben. Pausiert mich und jetzt geht's weiter. Warum funktioniert das nicht? Es ist eigentlich relativ simpel. Wenn wir das so von oben durchgehen. Wir sagen hier, ähm, wir wollen 3 reinschreiben in Prozent easy. Dann wollen wir hier den Cyscall initialisieren sozusagen. Dann, also den zum Schreiben. Dann überprüfen wir, ob 3 in easy drinsteht. Das ist so. Also, wird dieser Jump-Befehl hier nicht ausgeführt. Dann werden wir hier die 3 in ecx reinschreiben. Und wir wollen, also quasi, wir schreiben den String 3, das hier. Wollen wir sozusagen ausgeben. Das heißt, wir schreiben den in ecx rein. Dann wollen wir die 1 reinschreiben in edx. Was so viel bedeutet wie, es wird ein Buchstabe ausgegeben. Und das ist diese 3 als String. Und dann wird hier not equal weiter ausgeführt. Und hier wird dann reingeschrieben auch in ecx. Das heißt, die 3, die hier drinsteht, wird einfach überschrieben. Und number not known sorry steht dann da drin. Und die Länge wird auch überschrieben. Und dann wird der Syscall ausgeführt. Das heißt, was müssen wir jetzt hier machen, damit das funktioniert? Denkt nochmal kurz selber drüber nach. Und jetzt sage ich euch, was passiert. Wir müssen hier einen Jump-Befehl ausführen, der einfach immer ausgeführt wird. Das heißt, wenn wir hier ankommen, wollen wir den Bereich hier überhaupt nicht ausführen. Okay? Und deswegen sagen wir hier, wir wollen auf jeden Fall springen. Und was wollen wir denn machen? Wir wollen springen zu equal. Zum Beispiel. Und equal findet dann einfach hier statt. Und jetzt wird der Teil hier sozusagen übersprungen. Das heißt, wenn wir hier ankommen, springen wir immer, egal was passiert, und zwar zu equal. Okay, cool. Das heißt, wir können hier jetzt dann das Ganze kompilieren. Ach, was machst du denn? Und dann wird es hier ausgegeben. Und jetzt sehen wir, die drei wird ausgegeben. Wunderbar. Jetzt seht ihr, wie kompliziert eigentlich Assembler tatsächlich sein kann. Und wie froh wir eigentlich sein können, dass wir hier in der Hochsprache alles schreiben können im Normalfall. Aber ich hoffe, ihr versteht jetzt auch, wie eigentlich unser Compiler simpel aufgebaut ist. Weil das ist wirklich jetzt hier einfach so eins zu eins in unserem Speicher drin. Wird von oben nach unten ausgeführt. Der Compiler denkt da nicht nochmal nach. Mensch, ich habe hier was reingeschrieben. Mensch, ich muss ja da unten drunter hinspringen. Nein, das müssen wir ihm wirklich sagen, dass er da hinspringen soll. Es gibt kein If, es gibt nur Jumps. Okay. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.